servus zusammen ich präsentiere euch heute den neuen python von la sportiva und zwar wurde der python überarbeitet der python ist eigentlich schon ein klassiker gerade im hallensport ist ein sehr weicher schuh sitzt sehr kompakt sehr angenehm sorgt dafür für sehr viel sensibilität wurde überarbeitet das ganze aber design technisch also funktionell hat sich nichts an dem schuh geändert es ist im prinzip der selbe schuhe sind kleinigkeiten neu gemacht du hast jetzt hat hier eine riffelung im tohook patch du hast eine überarbeitete schnalle und die ferse ist jetzt orange für mein gefühl wirkt die ferse vom neuen ein bisschen schmaler muss man ausprobieren könnte gerne machen in der boulder boutique und ansonsten sagt man bescheid welchen findet ihr besser alt oder neu